Notenmarathon von Michaela Kilian Lektion 10 Übung 3 In dieser Übung gebe ich dir einen Überblick über großes C bis dreigestrichenes C. Das eingestrichene C liegt auf der Hilfslinie zwischen Violin und Bassschlüssel. Das zweigestrichene C und das kleine C spiegeln sich sozusagen. Auch das dreigestrichene C und das große C spiegeln sich. Mal schauen, ob du dir die Position der C gemerkt hast. Ich zeige dir immer zwei Noten und du benennst das C. Ich zeige dir immer zwei Noten und du benennst das C. Ich zeige dir immer zwei Noten und du benennst das C. Bis zur nächsten Übung.